doch ich bin ein großer künstler also finde ich jetzt jedenfalls was ihr dazu sagt weiß ich natürlich nicht du bist natürlich auf meiner seite vorbund drin schön dass du wieder dabei bist schön auch dass ihr wieder da seid also erst mal ein standesgemäßes hey ho hier zu arg extinction mit dem vorbund auf mein youtube-kanal und ja heute ist etwas trauriger weil es ist die folge 32 da könnt ihr euch schon denken es ist die letzte folge dieser staffel arg aber als kleines trostpflaster habe ich mir natürlich richtig was vorgenommen noch mal ein richtig schönes programm hier ausgearbeitet was ich mit euch jetzt machen werde ich hoffe ihr bleibt dabei ihr habt vor allem viel spaß und ja dann fangen wir mal an leute kinders mädels ich habe mich doch in der letzten folge nackig gemacht das wisst ihr vielleicht noch wahrscheinlich habt ihr seitdem albträume jede nacht aber heute tue ich euch mal den gefallen ich ziehe mich wieder an ich habe mir meinen rambo anzug angelegt und ich weiß nicht ob es euch auch aufgefallen ist ich hatte den eindruck beim schneiden ist mir das erst aufgefallen dass mehr schneller warm wurde als ich meine sachen abgelegt hatte sehr komisch aber dieser anzug der hat offenbar ja wohl eine eine dämpfende funktion gegen kälte wärmt ein aber andersrum hatte auch eine kühlende funktion bei hitze wie das funktionieren soll genau weiß ich auch nicht aber ist jetzt auch nicht unser großes thema heute ach wann erzähle ich ja von großen themen die haben wir ja sowieso nicht am start wir gehen hier schon mit aller ruhe ran was brauche ich jetzt ich wollte einfach nur etwas holz holen zu hause habe ich ein kleines bauprojekt vor wo wir dann einfach mal noch ein bisschen holz brauchen was heißt ein bisschen 700 stück oder so ja damit ich nicht alles jetzt verbrauchen was ich meine kisten habe daher auch mit inge die kann ein bisschen was tragen mit der fühle ich mich auch sicher nach wie vor wo ist sie denn wo ist sie denn ach da ist sie ja so noch ein bisschen wir hören also diese staffel auf da wo wir angefangen haben nämlich beim holz hacken aber nun ist es genug obwohl ich den gerade sehe da fällt mir auch noch was ein dass ich den mal gute das ist ja auf jeden fall immer ganz gut ja und jetzt lass uns mal etwas in erinnerung schwelgen und vielleicht mal die inge zusammen pfeifen komm mit inge kommst du bist du nicht in gruppe 1 oder was doch natürlich habe ich gruppe 1 ausgeschaltet na jetzt klappt doch ja wo schauen wir mal an der an der ersten hütte die wir gebaut haben nehmen wir ein bisschen abschied heute war ja eine schöne zeit hier wie es mit arg auf dem kanal weitergeht leute da kann ich euch im moment nicht so wahnsinnig viel zu sagen ich kann euch nur empfehlen öfter mal auf dem kanal rein zu schauen wenn er jetzt hauptsächlich wegen arg da sei zum beispiel soll ja eine kleine handvoll vielleicht geben von so leuten die das bei mir gerne gucken obwohl ich das jetzt ja nicht so mainstream ich spiele so von wegen multiplayer und mods und sowas ich bin ja hier eher der klassische einzelkämpfer ja das ist eine schöne pose in geblieben so stehen da mache ich ein foto von dir so und das ist unsere erste hütte gewesen war eine schöne zeit ich hatte da ja damals vor die hier sogar auszubauen und dann hatte aber doch die idee ne kommen dann ziehen wir richtig um da oben ins memorial beziehungsweise den wassergarten wie ich ihn immer nenne und da laufen wir jetzt auch mal hin ist ja nicht so wirklich weit ja und an euch nochmal der hinweis einfach auch vielleicht auf minenarbeit.de nachzuschauen und einfach auf dem laufenden zu bleiben vielleicht auch auf twitter und vor allem interessiert euch auch ruhig mal für meine anderen serien auf dem kanal im moment habe ich einfach noch keine weiteren pläne für arg aber natürlich eine ganze menge anderer schandtaten auf lager dann lass uns reingehen inge komm mit ich brauche dein holz und zwar brauche ich dein holz hinten an der komm mal gehen wir mal direkt ganz dahin jetzt müssen etwas zickzack laufen ein fuhrpark hat sich doch etwas erweitert seitdem auch den explorer haben so komm inge komm hierhin vielleicht kann ich sie doch noch reiten ich glaube so schwer ist sie auch wieder nicht dann stelle ich sie hier nämlich neben die paula zwei mal ein bisschen holz mit wozu brauche ich denn jetzt das ganze holz leute ich habe durst ja ich weiß dass man holz nicht trinken kann aber na ihr werdet schon sehen ja vor allem wisst ihr es vielleicht noch wenn er fleißig und artig die letzte folge bis zum schluss angeguckt habe da hatte ich einen fürchterlichen brand auf bier kein wunder wir waren richtig ausgetrocknet deswegen werden wir uns jetzt mal ein paar bierfässer herstellen und die schön hinstellen und auch mal ein bisschen bier brauen das habe ich nämlich auch noch nie gemacht in arg deswegen wir haben wir lauter premieren in dieser staffel dinge die ich sonst noch nicht gemacht habe habe ich hier zum ersten mal getan obwohl ich schon weit über 1000 spielstunden in arg habe ja so ist das mit mir ich kann es auch nicht ändern hier macht spaß ich hoffe euch auch was ist jetzt hier mit denen mit den fässern da und zwar bräuchte ich glaube ich noch zwei stück denn ihr glaubt ja wohl nicht dass sich ein vorbuddler mit einem fass bier zufrieden gibt ich möchte gerne 31 habe ich mich schon gemacht und damit wir morgens wenn wir aufstehen nicht so weit laufen müssen um uns den ersten schluck des tages zu genehmigen baue ich die drei fässer hier direkt ab meine bett man auf das sieht sehr schön aus hier oben in meiner großen halle so nenne ich sie jetzt mal aus dem ist die vorbuddlerin ja auch mal dabei und die läuft echt wie ein loch ja die läuft mich unter tisch habe ich keine chance sowie machen wir denn jetzt bier da haben wir jetzt hier ein rezept drin glaube ich ja bingelberries ja das ist aber veraltet kinders das sind bingelberries aber ich glaube da können wir alle bären bären nehmen die es so gibt vielleicht nehmen wir auch die roten die gibt es am häufigsten die klauen wir jetzt einfach mal den tieren dann brauchen wir noch wasser und vor allem 50 bären pro portion 40 sets pro person ab portion und genau alles abzählen schön ordentlich und fein so muss man das auch machen bei der brauerei ich weiß nicht ob es gibt ja sowieso heimbrauer die bauen sich zu hause da gibt es so sets zu kaufen und dann kann man sich sein eigenes bier machen ich kann doch mal jemand der machte das etwas professioneller das war sogar ein gastwirt und er hat in seiner kneipe im keller auch manchmal so führung gemacht dann erklärt wie man bier braut das ist eine ganz schön knifflige angelegenheit damit sind ja auch schmeckt ich brauche meine kochtöpfe vorsichtig immer schön langsam hier dann nehmen wir uns mal so ein paar von den behältern raus füllen die mit wasser und klauen uns noch irgendwo ein paar bären brauche ich denn da jetzt auch gar nicht irgendwie feuer zu oder so offenbar nicht ne so entschuldigung entschuldigung bären sollten wir eigentlich genug dabei haben was brauchen wir 50 waren das ne also nehmen wir hier mal ein stack mit und ach komm lass uns einfach mal zwei stacks mitnehmen die haben noch genug hier alle die werden mir sonst eh zu fett die stehen ja die meisten zeit nur rum ich brauche meistens immer die agate oder die renorde und vor allem die inge wie vorhin jetzt kann man das auch bestimmt auch schon ganz gut sehen legen wir immer das wasser rein und dann tun wir dann noch ein paar bären zu 50 stück so geht das nämlich wir müssen hier praktisch auf consume schalten jetzt haben wir das hier eingefügt und jetzt glaube ich braucht das eine ganze weile bis das fertig ist aber es hat geklappt alles ist grün gut jetzt weiß ich wie es geht weil ich auf nummer sicher gehen möchte werde ich hier noch ein paar berries also paar bären mehr reinlegen falls die in dieser zeit jetzt irgendwie ranzig werden keine ahnung mal gucken ich bin mal guter dinge es wird eine ganze weile dauern aber sieht schon so aus als könnte wir eine gute party feiern aber was machen wir denn jetzt in der zeit wie das bier dann noch vor sich hinbrauten na ich glaube ihr wollt auch ganz gerne mal mit drohnen spielen ja ihr habt richtig gehört wir können eine drohne herstellen das habe ich auch schon erledigt und ja hier im city terminal gab es ja noch ein rezept letztens haben wir hier noch den explorer her nein quatsch den enforcer heißt er hier explorer ist satisfactory das ist hier ein anderes spiel okay jedenfalls war da noch ein rezept und da habe ich immer gedacht das ist die defense unit und da die ein bisschen schlapp auf der brust ist habe ich gehabt wie mich nicht weiter interessiert aber nein es ist der scout das sind die kleinen drohnen die durch die gegend fliegen ab und zu und davon habe ich meine gebaut die werden wir jetzt mal ausprobieren hey da haben wir mich hier so einen kleinen pokeball den kann man werfen zack und schwupps fernsteuern macht er auch ist ganz nett da sind wir können natürlich auch fliegen und das hier frei bewegen hey super geht das auch ein bisschen schneller die welt aus roboter sicht ja finde ich ein nettes detail ich nehme mal an ja blaue tiere sind so neutral da passiert jetzt irgendwie nicht viel wenn ich den ja jetzt haut er sowieso ab weil er schüchtern ist grüne sachen sind natürlich die eigenen und ich nehme an das gegnerische tribes oder so dann rot dargestellt werden jetzt bin ich wohl zu weit geflogen haben wir es mal wieder übertrieben muss ich den jetzt irgendwie einsammeln gehen oder habe ich den noch hier läuft die zeit da unten runter so viel zeit habe ich die um den jetzt wieder zu holen oder wie verstehe ich das fragen über fragen was wir hier noch alles herausfinden aber ich finde es auch ganz interessant schauen wir mal eben irgendwie ob ich den nicht doch noch ja weiß ich jetzt nicht für meine art zu spielen hätte das jetzt sicher nicht viel gebracht außer wie jetzt hier ein bisschen rumfliegen kann sich eventuell anschleichen könnte ich mir vorstellen dass das ein bisschen ja für das ausspielen ganz gut gedacht ist ganz gut geeignet ist aber ich denke mal ups steigen wir mal wieder aus lassen das ding allein und schauen uns das auch mal an ja hat man ja auch sonst die gelegenheit nicht die fliegen nur rum cooles ding wunderbar okay dann bringe ich zurück links in die wertvolle kiste er wenn ich zurück möchte sollte ich vielleicht auch in die richtige richtung laufen ja ich hab's doch noch geschafft nach hause da kommt das ding wieder in die kostbare kiste mit den ganzen kampf sachen die wir hier so hier feile und sonst was rüstungen und element das das ist der treibstoff für die oh ganz schöner verbrauch ich glaube ich hatte so 30 40 dabei von dem bisschen jetzt nur 16 auch der enforcer übrigens braucht braucht element das als treibstoff also die haben auch so eine energiewert nicht stamina sondern eher energie okay dass ihr seht ich habe schon ein paar sachen im inventar aber das reicht noch nicht ich würde mich jetzt gerne mit euch noch ein bisschen bauen eine ganz schöne kleinigkeit und was so just for fun und da brauche ich noch ein paar teile und dann geht es weiter dafür hole ich mir auch ganz gerne nasse füße wenn sein muss mal schauen ich muss das so ein bisschen hin basteln ja es muss jetzt nicht exakt in der mitte stehen es sieht ganz gut aus glaube ich ist eine gute stelle auch von der höhe ist das so groß ist das so wie ich mir vorgestellt habe hier in der mitte von unserem schönen becken eine sehr symbolträchtige stelle perfekt für das was ich hier vor habe ich glaube da muss ich noch mal diese fundamente dran klatschen jetzt wird es wieder etwas fummelig denn wir müssen hier ein bisschen fuschen mit den mit den stützen da brauchen wir glaube ich zwei übereinander vielleicht hier auch die müssen können sie glaube ich sowieso stehen bleiben oben jetzt ein dach drauf so das sind jetzt zwei nach vorne zwei in die höhe das bedeutet wir sollten da vielleicht treppen dran bauen können beziehungsweise so rampen die wir dann später ihr merkt ich bin ganz vertieft bin ganz voll dabei so konzentriert habe ich der ganze staffel nicht gebaut aber es ist ja auch wichtig was ich hier mache ok jetzt machen wir da treppen draus treppen sind wie cooler bin ich so als diese rampen das schon nicht schlecht mal schauen ob wir jetzt hier oben noch ein paar plattformen darauf bekommen würde ich auch noch nach vorne eine können ja ok dann machen wir es noch mal richtig schön breit ganz ruhig werden wo habe ich denn jetzt meine er muss noch mal ein bisschen nachschub holen das hat mir jetzt noch nicht gefallen war mir nicht groß genug muss groß sein alles ja nein ja was denn so da fehlt uns nämlich ja das war vielleicht gar nicht so übel ja brauchen wir das halt eben hier hin dahin ja so ja das ist gut die form ist sogar gut doch das gefällt mir und zwar jetzt brauchen wir noch ein bisschen verschönerungen einfach ein paar geländer ach ja und daran da sieht das noch mal jetzt entdecken wir auch hier gerade noch mal den unterschied diese fehlerhafte textur habe ich euch auch schon mal gezeigt in einer der letzten folgen ich kann mich nicht erinnern aber sobald wir die jetzt auf so eine schräge setzen hier das geländer ja dann fehlt da irgendwie die textur ich finde im grunde ja man sieht schon dass es jetzt nur so ein dummy ist aber im grunde hat es so ein stein look irgendwie so keine ahnung finde ich gar nicht so schlecht jetzt will das jetzt auch hier gar nicht so wahnsinnig noch übertreiben ich denke mal hier oben können wir noch die bühne etwas verschönern ach jetzt habe ich verraten was es ist ach mensch naja es ist eine kleine bühne und die machen wir jetzt hier noch vielleicht ich probiere mal diesen eckigen teilen hier noch rum vielleicht ist das ja ganz schön so soll ja auch noch ein bisschen was aussehen für den fall dass vielleicht die madame x mal vorbeikommt ne ok dann lass uns mal zum ernst des tages rüber gehen und noch mal meine kunstwerke hier betrachten wunderschön sind sie geworden jetzt aber gut hier aber ich will nach dem bier gucken was macht das bier bier her bier her ich glaube das dauert noch was aber guck mal es wird schon noch ich glaube wir schaffen das noch ja ich habe jetzt auch ein bisschen getrödelt muss ich sagen kleines poisin eingelegt sogar um ehrlich zu sein nur um das spiel mal etwas weiter laufen zu lassen hier aber das sieht gut aus ich denke mal auch mit den bären kommen wir klar ach können wir also ich freue mich drauf können wir uns gleich noch einen schönen schluck genehmigen ja ich vertreibe mir hier jetzt hier noch ein bisschen die zeit und kümmere mich mal um meine tiere einige haben schon wieder gelevelt andere haben auch schon wieder häufchen gemacht die können wir ja auch wieder mitnehmen wir haben ja einen kumpel der dann auch das ganze dünger zeug verteilt für uns ja und hier zu diesem crash test dummy wie ich ihn mal nennen ist mir natürlich auch noch eingefallen diese kampfpuppe ja klar die ist aber ja die kann praktisch sein weil sie einem einen objektiven wert vermittelt über die beißkraft ne der tiere kann schon mal sein da ja es ist halt ein bisschen einfacher zu beurteilen statt jetzt die level zusammen zu zählen und sonst was und noch mal zu gucken ich meine das ist das der einzige grund mit der mir jetzt so einfällt warum das teil ganz praktisch sein könnte brauchen tut man es glaube ich nicht wirklich jetzt so weil man doch eigentlich auch so ganz gut weiß welches tier jetzt stark ist oder was man ihm zutrauen kann oder ihr ja das geht ja wieder super voran hier aber auch nur weil er inzwischen da immer wieder was rausnimmt seht ihr das ist inzwischen auch aufgefüllt das fällt jedenfalls beim letzten mal noch auf 40.000 oh vier level auf dem enforcer mit leben hat er verdient oh klatsch ja das ist mir halt noch eingefallen zu dem dem habe ich auch ein bisschen rumgespielt wie ihr wisst und wusste auch noch nicht so richtig was mit dieser eine funktion die ihr gerade gesehen habt anfangen soll und man springt hoch und kann dann feuern und dann kann man sich so ein bisschen in die gegen katapultieren so sah es jetzt wirklich ganz cool aus ich denke mache ich nochmal eben Anlauf springen und zack auch nicht schlecht oder man ja etwas aufpassen vor allem braucht das wahrscheinlich richtig viel energie die ich nicht habe ja ich kann jetzt im moment nicht mehr feuern ich bin irgendwie fix und fertig komm mach doch nochmal war so schön wie du für die vor die wand da geflogen bist Verstehst du das richtig der ist ja da so hängen geblieben kann der jetzt zum beispiel hier auch tatsächlich leute da eröffnen sich uns ja ganz neue möglichkeiten schaut euch das mal an Das ist aber jetzt mal so richtig cool das gefällt mir Hey Toll und wie kommen wir wieder runter runter ist meistens schwieriger als hoch Ey ist super ne ja das hätte man jetzt mal früher wissen sollen Mal schauen was er so äh so kann Ja Irgendwie ja sind wir einfach runter gefallen Ist auch nicht So komm Ja Hopps ja da kann man echt Ist ganz cool Ich glaube es ist hauptsächlich dafür um an so eine wand dran zu kommen Na Ich glaube so bringt das nicht viel man kann vielleicht mal schnell zur seite springen Aber hier so hoch und Ja Zack Aha Stark Aber auch so ein bisschen unheimlich weil man nicht so wirklich weiß wie man wieder runter kommen soll Ja cool aber sonst gefällt es mir eigentlich Ganz gute Idee Okay Na also Schöne Tapijara War ich mal so hinterher und jetzt bringe ich es um Gut aber wir müssen ihm auch mal was gönnen hier Mach auf die Tür Und nun ist es soweit der feierliche Moment Wir betreten die Bühne Um die War Drums zu spielen Die habe ich nämlich entdeckt Und hatte ich auch noch nie in Ark Deswegen habe ich extra diese schöne Bühne hier gebaut Und ich würde mal vorschlagen Wir legen jetzt mal direkt los mit einem vielleicht etwas traurigen Trauermarsch Unheimlich ne Vielleicht hast du auch ein bisschen was Stimmungsvolles Was so richtig schön Die Armee zusammenholt vielleicht Ah es geht schon besser Wunderbar und hast du auch jetzt was so richtig in den Angriff geht Meine Güte ist aber ganz schön schwierig Kannst du auch Nein nicht das Nicht das spielen wir haben was interessanteres So und das reicht Ich glaube jetzt haben die Leute die Nase voll von deinem Getrommel Ja das spielt man selber mit linker und rechter Maustaste Oh da kann man auch so draufstehen Der ist so richtig so voll der Rockstar Cool Und vor allem diese schöne Bühne hier Vor dem Wassergarten Davon habe ich immer schon geträumt So was zu haben Das ist ja toll Finde ich gut Deswegen habe ich es gebaut Kinders Und euch noch ein bisschen was vorgetrommelt Aber jetzt habe ich echt noch einen größeren Durst Außerdem muss ich mir jetzt auch echt langsam mal Mut antrinken Hey das sieht schon sehr gut aus Bier ist fertig Allerdings ist das jetzt nur die Flüssigkeit Die müssen wir jetzt hier noch irgendwie einfüllen Ich habe es gerade mal mit dem leeren Behälter hier versucht Das hat aber nicht geklappt Jetzt versuche ich es nochmal hier irgendwie Das geht auch irgendwie nicht zusammen Im anderen Fass vorhin hat es Ach das muss halb voll sein dann Das macht zwar überhaupt keinen Sinn Aber ist egal Hauptsache wir haben es herausgefunden Ich nehme mir natürlich auch direkt mal das erste Glas mit So und Hier haben wir es schon mal Habe ich es gerade schon mal gemacht Dann war das also wirklich Muss das irgendwie halb voll sein Mit Wasser So wie hier Und dann müsste es jetzt hier auch einfach nochmal klappen Tatsächlich Prima Wir haben Bier gebraut So das erste Glas genehmige ich mir natürlich hier schön zu Hause In meiner großen Halle Mit schönem Blick nach draußen Und Oi o donor ist aber ein g eseff Ach du mein Hey Wie ist es ja Als klar Du bist so die schönste Die ich überhaupt schon jemals gesehen habe So Ich fühle mich schon sehr benommen Aber ist genau richtig Wir sind nämlich jetzt so richtig schön betrunken Und merken nicht mehr viel Deswegen Kinders Nehmt hier schon mal Abschied Aber bleibt noch was dran Denn natürlich werde ich diese wunderbare Staffel Ark Extinction nicht aufhören, ohne nochmal tüchtig in den Kampf zu ziehen. Daher auch der viele Sprit, damit ich meine Schmerzen nicht so merke und auch mehr Mut habe. Leute, ich musste erstmal meinen Rausch ausschlafen. Das Zeug, das ballert ja rein. Wo bin ich überhaupt hier vorne? Da bin ich, tralala. Ähm, auch nochmal Proviant zu Hause vergessen, muss dann mal zurück. Ja, aber der pangalaktische Donnergurgler ist gar nicht gegen das Zeug. Und ich bin mir jetzt auch gespannt, ob mich dieser Pteranodon da oben angreift. Ach, ich glaube, die Renaud macht das dann für mich. Oder auch nicht? Hallo? Ich glaube, ich habe Renaud ein bisschen erwischt. Ein bisschen Friendly Fire hat sie abbekommen. Ja, futter die mal ruhig auf. Blöden Viecher. Ah, ne Kinder. Das ist ein Getränk. Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck. Anders halte ich das hier nicht aus. So. Weiter. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Mut. Ich muss mehr Mut antrinken. Aber ein bisschen was futtern. Elektrolyte und so. Wo ich hier bin, ne? Ja, ich... Mach mich natürlich eher auf den Weg in die gefährliche Zone. Von wo aus wir wahrscheinlich nicht wiederkommen werden. Ne? Deswegen. Sehr traurig. Sehr trauriges Ende diesmal. Nicht so happy wie sonst. So, ha, Leute, wie schön. Jetzt haben wir ein Haus. Ne. Wir gehen hier so richtig raus. Sturz besoffen. Hihihi. Und schau mal, äh, was uns hier so erwartet. Auf der anderen Seite zum Beispiel. Hier betreten wir jetzt Giganotosaurus Land. Und da ich eh nicht viel sehe, ist mir das auch egal. Gehen wir mal hier so ein bisschen den Berg noch hoch. Ach, jetzt wollte ich gerade so richtig schön in den Sonnenuntergang mit euch reiten. Aber daraus wird leider nix. Denn da vorne wartet ein korrumpierter. Das kann ich auch. Tata. Hahaha. Ist eigentlich der ideale Moment, um aufzuhören, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen während dieser Staffel. Wie gesagt, vorhin habe ich euch schon gesagt, äh, wie es weitergeht mit Ark weiß ich im Moment noch nicht so. Verfolgt halt alles auf dem Kanal. Und ansonsten kann ich euch jetzt noch eine schöne Zeit wünschen. Schaut euch noch ein bisschen auf meinem Kanal oben. Vielleicht findet ihr etwas anderes schönes. Jedenfalls hatte ich hier eine Mordsmenge Spaß. Da vorne ist eine Explorer Node. Die nehmen wir aber noch mit. Das müssen wir schon tun. Jawoll. Und dann reite ich weiter ins Verderben, allerdings ohne euch. Drückt mir die Daumen. Ob ich je zurückkomme, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Nun denn, aber es muss sein. Ich habe das Gefühl, wir müssen aufbrechen in die Ferne. In ein neues Leben. Und bevor ich jetzt noch mehr blödes Zeug erzähle, höre ich lieber auf, Kinders. Es war eine tolle Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut auf den Like-Button und alles, was geht. Kommentare und so. Ich freue mich drüber. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt in Kürze nochmal wieder. Sagt Tschüss zu Renaudel und zu mir, dem Vorbunder, hier in Ark Extinction. Leute bleibt sauber, habt viel Spaß dabei und lasse ich auch hiervon keine Angst einjagen. Fgo aus der Kürze fern. Tja Bócrüße in Kürze. Ich freue mich. Und Since then, wir müssen den Boxen für die Minder der Kürze. Gute nach Böden. Du bist aus der Kürze fern. In die Minder der Kürze fern. Und du bist du mit der Kürze fern. Und du bist du mit der Kürze fern. Und du bist du mit einer Kürze. Gut. Vielen Dank.